ich weiß nicht warum der schmied abgeschmiert ist bei mir bock zu haben du kannst mir mal erzählen warum vielleicht weißt du dass er es wird niemand eine antwort darauf haben ich habe hier so ein genau tree end na tree end es geht bald ab bei dir vanillabacke komische festung das habe ich mal gemacht weil ich was getestet habe ja ja deine tests du hast keine ahnung ich finde keine bienen ich weiß nicht warum teleportierst du dich einfach weil es zu weit weg ist wieder nach hause zu fliegen nein ohne witz an deiner stelle ich einfach geflogen ein bisschen die welt gezeigt nein hat sich hingefrogen wieder cheaten doch gut da ist meine ölpumpen ich weiß jetzt auch von konzert von jums mein kopf nein doch ölpumpen hier weil rumstehen im kopf ja dann kann ich ja wieder den waypoint setzen hier nur ein blauen mann hier kann auch schwarz es ist aber voll das weiß ich ja du bist mir was wir anderen vergiftet zusätzlich und auch noch schwindelig ist mir aber irgendwie mit dem öl sich der und verbindet sie auch noch wegpumpen muss das haben wir schlecht 24 ölquellen sitzen hier noch beziehungsweise mit meiner zusammen da hinten ist noch mehr öl hammer so jetzt bin ich ganz nice nein es regnet verdammt das ist jetzt diese tropfen auf dem boden nur ich glaube dass man aus erst kürbisse kuh auf eine einsame insel du bleibst auch schön drauf du bist eine kuh wir wachsen die waren noch so zusammengesetzt 4 oder sechse oder neune oder zwei also nur zweimal eins einfach alles ausprobieren doch habe ich gar nichts zu sagen ja jetzt habe ich keinen knacken mehr mehr ach bedien dich mal naja bedien dich einfach mal ja das soll ich denn sonst halt machen weiß ich nicht das ist zu groß auf jeden fall ich weiß dass das vier da waren aber irgendwie wachsen die noch nicht alkalyptus habe ich hier ja mal wieder level 15 unglaublich frisst der stein ja das sind so geile köpfe hier dran jetzt fällt dir doch ne 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 ach komm hier holz weg hab ich eh genug von holz weg ne 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 ich hatte dass das mehrmals das knochenmäh verbrauchen muss dafür bedient ich doch der habe ich schon ich gönne ihn das war schon bei dir gibt es in die portale und dass du siehst dass ich schweb und muss er in die china ja mir auch ist die welt wieder aufgebaut hat dort ist kann man die welt sich richtig aufbauen hier danke für dich nicht ich sehe das nicht mehr was brauchen denn die wohl für dinge reicht da einfach nur blumen beim kopf nähe für die schicken habe ich auch nicht mehr centus hat einen schaden centus hat einen schaden centus hat ein schaden und das weiß jeder bin ja nicht wenn er seinen namen doch jetzt nicht immer dann guck da sie mir nach weil du ein bisschen ja ja cool ich bin auch so gut ich fliege extra lustigen werken bei mir aber hier stehen gleich in der nähe welche ich sag doch bediene ich bei mir habe da noch einen knappen halbstecken die stehen der gleich nebenan bei mir dein kopf ja du mir auch ich weiß dass du ballaballa bist die bbp neus war es wo gehen die bieten haus ist denn so hatte mich verarschen die man ja ganz noppe meine p kam eine runter hatte sich bei mir auch so an das möchte erst dann wenn das macht ist das denn für ein bienenhaus die kenne ich probiere mal die bienenhäuser aus steht weiter doof rumstehen manchmal passt zu dir was zu dir mein gott soll ich denn genug weil er supportet sich jetzt mal weg dass sie der da kommt das ganze ja ich wollte ja noch was machen so bienenhaus so wenn das jetzt irgendwie umspackt das bienenhaus na das ist das was du da voranstaltest wieso darum nein macht das was ich will werden eigentlich mal schlafen gehen sollen egal in spawn hoffentlich gibt es gerade keine monster kannst du denn schlafen gehen na jetzt nicht mehr wo wie habe ich das denn aufgebaut ich weiß es gar nicht ich glaube da reichst du hast du gerade nur umschließt du habe ich doch gar nicht das war hast du ja das so gesehen was machst du hier wo bist du ich gehe da hinten in den wald rein was machst du hier nix scheiße wie immer das glaube ich dir das ist wieder was wasser bienenhaus ja klar aber dafür wo ich erstmal die passenden bienensorten verdammt ich mache schon wieder nur scheiße ehrlich ja weißt du das ist das geilste du machst einfach nix und deine leute gucken bei dir auch noch das ist unglaublich ich mache nie das was ich machen will das ist das ja du hast besuch in dein haus ne warum na so ach komm ey hast du dir eine kacke darin gespawnt nö was ist denn da drinnen guck doch nach warum kann der denn nicht die freit ist im inventory machen ne also nicht muss ich ernsthaft andere bienen häuser nehmen oder funktionieren die anders hier weißt du es nicht ich weiß es auch nicht ähm ja ja wir sitzen da funktionieren anders ok wieso das ja die sind nicht ansteuerbar wie die apiaries die ich da sonst hab ne das das sind einfach nur einfache bienen häuser hm die texture sieht ja mal gammelig davon aus welcher von dem holz von den hopset planks hm hm ein bisschen komisch war zu hell und so vor die hellen streifen drin hm hat doch dieses hm das komische wurde auch auch ein skelett oh ne ne an welcher etage ist es jetzt schon wieder rumgammeln bestimmt in der zweiten beim ME system aber sowas von oder ach fick dich auch noch skelett ist nicht wahr wo bist du glaub mir das auch noch mein schwert mach da an alter da kann ich nicht gegen kämpfen hast du nen bogen das ist viel unsichtbar ne ja ich hab nen bogen wie immer geh weg da ja glaub mir mal mein bogen du bist wie echt geh weg da achso ne ich treff dir da bin ich stimmt ja so mach auch schon ein viecher ja wenn einmal das schwert verloren hat oder so wie drauf ziehen was denn ja das kenn ich ja vor komisch war die zurangenischen streifen da drin ne zur helleren ne na das sieht vor komisch aus mhm war so komisch überlichtet oder so ne oder ich weiß ich weiß ich weiß apuis so wie ging die denn mit seed öl was dann besuchen auch schon gesehen ist jetzt schon wieder hier hatte hinten das ist doch nicht wahr na 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 som sk aber einem das ist das ist das ist das